Die True Suns haben einen Versorgungszug entgleisen lassen. Der hatte auch einen Behälter mit Shade-Technologie an Bord und dem Signal nach haben sie ihn gefunden. Die True Suns haben einen Versorgungszug aufgebaut. Oh Check-Tech-Behälter erkannt Die True Suns haben nicht weit von ihrer Position einen Zug entgleisen lassen An Bord befand sich ein SHD-Tech-Behälter und die True Suns haben ihn vermutlich gefunden Warum mussten sie auch auf uns los? Nein, nur immer wieder derselbe Mist Warum suchen wir überhaupt noch? Im Katherine Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Die Konsequenzen. Verschwecken, Panzer befreit und bewachter Ort, erkannt. Vorgang fortgesetzt. Manuelle Kontrolle erforderlich. Manuelle Kontrolle erforderlich. Ich habe viel Zeit im Kriegsgebiet unterbracht. Schwer geantwortete Gegner bewachen einen Ort in der Nähe. Aber das hier ist eine ganz neue Qualität. Menschen, die einander ohne Grund töten. Das ist nicht mehr menschlich. Ich bin zehn Jahre alt in der Nähe. Auf geht's, die wir mit dem Schuss haben. Agent fordert Verstärkung an. 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 Spannungsgerät Das war's. 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 Das war's.